servus liebe leute was geht heute mal mit einem etwas anderen video wir machen ein cs go case opening wie ihr seht ich bin der über pro mit den übergeilen waffen und hier alter mega nice silber elite meister das ist die allerhöchste stufe ever ich habe diese komma 3 kiste gezogen und ich würde sie gerne öffnen indem ich einen neuen schlüssel kaufe ja so wir kaufen es autorisieren dankeschön ich weiß dass die die wahrscheinlichkeit sehr 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 gering ist aber ich würde dann der stelle wo ich bekommt ist okay 229 die kiste ist ein euro 30 oder so wert heißt 4 euro 20 habe ich jetzt hier ein döner ein döner habe ich jetzt rein gesteckt und ich will wissen was rauskommt also die freunde habe ich bin immer offline deswegen nicht von online also nicht wundern nicht denken hey muss ja gar keine freunde ich frage mich wie viele diese teile alleine wert sind wahrscheinlich ist es so ein euro wert oder so dann hätte ich fetten verlust gemacht gut wir fangen einfach mal an das ist mein glaube ich mit zweites case übrigens und das zweites case warum der dreck ich bin uns diese waffe nicht mal wie geil ist oh mein gott ja 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 fabrik neu ist aber gar nicht so schlecht schauen wir mal was das wert ist der dreck Bitte 4 Euro, bitte 4 Euro, bitte 4 Euro, 53 Cent, deine Mutter, ich hasse dich, egal, ich rüste das aus, okay, so, und das war es auch schon mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, oder ansonsten.